A-A-A-A-A-A-A-Oh je Mini, abedi abedi abedi, nein nicht, war ich das etwa? Hallo Schwester? Viel Spaß! Hier kommt, Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, Kitt. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Kitt, stell dich vor. Ich bin die Stimme des Mikroprozessos des Modells 2000 von Knight Industries, KITT für den einfachen Sprachgebrauch, oder Kitt, falls Sie das vorziehen. Wie ist deine Seriennummer? Ich bin der Knight Industries 2000. Meine Seriennummer ist Alpha Delta 227529. Ich bin nicht befugt, jemandem Zugang zu meiner zentralen Steuereinheit zu gewähren. Kitt, hup mal. Warum ist deine junge Dame in der Nähe? Achtung. Er macht's, er macht's. Kitt? Ja? Licht einschalten. Licht ausschalten. Ja? Er macht's! Sorry. Komm mal Kitt. Kitt? Ja? Ich hab Langeweile. Es gibt noch eine Vielzahl anderer Manövern, die wir durchführen können. ich bin kurz weg was soll ich tun während sie weg sind keine ahnung also gut glauben sie nicht dass sie mich für den fall dass sie nicht zurückkommen vorprogrammieren sollten ich habe auf überwachung geschaltet ja was können wir machen ich bin programmiert auf ihre bedürfnisse einzugehen so santi dann erzähl mal deiner community wie du den die überraschung jetzt empfindest naja das ist ein ganz besonderes erlebnis das muss man wirklich einmal einmal im leben erlebt haben ja das gehört in jeder anständige biografie und ich freue mich dass ich das heute hier erleben durfte das wirklich großartig ja man glaubt es gar nicht man denkt man träumt aber da kneift mich mal hier aber es ist alles real und live hier man großartig ich mache mir heute ein rotes kreuzchen in den kalender hallo hallo hier ist die füge beziehungsweise spongebob und ich habe heute ein rendezvous und sitze im kit und bin ganz happy ein ganz herzliches dankeschön an marco aus hamburg ja auf der seite www.kit-haha.de ja und das ist einfach großartig hier ich bin überwältigt ganz liebe rüße tschau Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.